Und jetzt darf der Tobias noch einen Vortrag halten. Der John hat mir schon ganz schön viel vorweggenommen. Irgendwie ist ein bisschen durchgeklungen, dass er ein Fanboy ist, oder? Mir geht das auch so und ich erzähle euch jetzt aus meiner Nicht-Entwickler-Perspektive, warum das so ist. Ich bin bei Sandstorm und dann bin ich ins Team gekommen. Es ging los, das war eine ganz lustige Geschichte. Ich habe bei Sandstorm angefangen und dann ging es so Richtung Mai 2015, wo der Split war. Und Sebastian meinte so, komm hier, du kannst ein bisschen reden und kommunizieren. Hilf uns mal, wie wir das irgendwie der Community verklickern. Dass es in Zukunft ein NEOS-Projekt alleine gibt. Und dann hat er meinen kleinen Finger gezogen und seitdem engagiere ich mich im NEOS-Team, im Kernteam. Und es ist gar nicht immer so einfach, sich in einem Open-Source-Projekt zu engagieren, weil man ja schon auch Verpflichtungen in der Agentur hat. Das heißt, es wäre ganz cool, wenn einem das was zurückgibt. Und John hat seine Perspektive jetzt schon geteilt. Und ich will euch ein bisschen was erzählen, warum ich nach wie vor dabei bin, was mich antreibt und was für euch Einstiegspunkte sein könnten, wie ihr, wenn ihr Interesse daran habt, den Fuß in die Tür bekommen könnt, was die Arbeit mit NEOS anbelangt. Und deswegen, eine Sache habt ihr schon vollkommen richtig gemacht. Ihr seid heute hier. Das ist super. Events sind die beste Möglichkeit, die es gibt, um persönlich mit den Leuten vom NEOS-Team, von der Community in Kontakt zu kommen. Ich habe bis jetzt noch keine so angenehme, wertschätzende Community kennengelernt wie die NEOS-Community. Man merkt den Leuten an, wie viel sie gelernt haben über die Jahre in der Arbeit in verschiedenen Open-Source-Projekten und wie es wirklich darum geht, dass alle Energie aus der Mitarbeit rausziehen und nicht nur reinstecken. Deshalb, ich habe es vorhin schon eingangs erwähnt, jetzt nochmal, das Flaggschiff-Event jedes Jahr ist die NEOS-Konferenz. Dieses Jahr zum ersten Mal hier in Dresden. Also für euch eine echt, echt gute Gelegenheit. Wenn ihr sagt, wir wollen näher rein, wir wollen noch viel mehr Leute vom Core-Team kennenlernen, kommt dahin. Ich sage am Ende noch was dazu. Ich komme immer wieder drauf zurück. Ihr habt auch die Zettelchen, sage ich dann auch gleich noch was bei euch liegen. Nehmt die mit. Mit NEOS machen wir heute. Das ist so das seichte Einstiegen, mal über alle Bereiche drüber gehen. Bestimmte technische Konzepte beschnuppern, die ein paar Real-World-Projekte kennenlernen. Es lohnt sich auf jeden Fall, unserem Twitter-Account zu folgen oder Facebook oder auf den Blog zu gucken. Ab und zu machen wir andere Events. Wir hatten in Nürnberg schon mal ein NEOS-Development-Camp gemacht. Das kam auch richtig gut an. War ein Barcamp, wo die Leute am Morgen gesagt haben, was sie für Sessions halten können, haben wollen. Und da hat man einen echt coolen Tag. Und ich würde das Format gerne wieder machen. Haltet da die Augen offen. Dann gibt es noch etwas, was wir total gerne machen. Sprint. Ist euch vielleicht ein Begriff. Man trifft sich für einen bestimmten Zeitraum, meistens ist es eine Woche, um gemeinsam das Open-Source-Projekt voranzubringen. Und das NEOS-Projekt, das NEOS-Team, das gibt sich echt Mühe, das abwechslungsreich zu gestalten. Die waren zum Beispiel schon mal in einem Schloss. Da habe ich gedacht, cool, war ich leider noch nicht dabei. Aber die haben gemeint, die hatten das Schloss für eine ganze Woche gemietet und wussten gar nicht, ob sie sich jetzt in Bibliothek 1 oder 5 treffen sollten. Da entstehen natürlich auch schöne Impressionen. Man lernt die Leute auch kennen, wenn man sich eine Woche lang mit denen auseinandersetzt. Und es geht eben nicht nur darum, so viel wie möglich wegzucoden, sondern es geht auch darum, abends mal auf ein Bierchen zu gehen und sich zu unterhalten. Und genau daraus entsteht das, was John gesagt hat, dieses familiäre Gefühl, dass man die Leute tatsächlich gut kennt. Hier waren wir bei Dezix in Frankfurt eingeladen. Die haben uns da Räume zur Verfügung gestellt. Und wir haben gesprintet. Und da kommen Leute von der ganzen Community. Und hier war ein Kollege aus Finnland da, ein Kollege aus den Niederlanden. Dann wird halt auch Englisch gesprochen auf so einem Sprint. Wir versuchen auch, Aktivitäten zu organisieren. Hier waren wir in Dresden, da waren wir Lasertag-Spielen. Es ist halt nicht nur das Vor-dem-Rechner-Gesitze. Es ist mehr. Es macht Spaß. Die haben so ein lustiges Grint. Das ist kein Stockfoto. Das ist wirklich schon ein Sprint. Und die grinsen so, weil das ist der Sprint, bevor wir die neue Marke, die neue Brand damals announced haben. Und alle wussten es natürlich schon im Team und haben das total vorbereitet. Dieses Logo, was wir dann endlich hatten. Und die Anspannung war wirklich mega, als wir es dann auf der Konferenz vorgestellt haben. Das ist doch ein Stockfoto, sagst du. Und es gibt auch echt viele Diskussionsrunden auf den Sprints. Und wir haben auch für unsere Firma, für Sandstorm, schon mega viel rausgenommen an Methodik, die da kommt. Die Gina, die beispielsweise von Zeitgeist im Kernteam ist, die ist ein Agile-Coach und bringt da ganz viele Methodiken mit rein, wie wir uns als Team organisieren können, wie wir agil denken und arbeiten können. Und das ist halt nicht auf einer, was bekomme ich jetzt von euch dafür Basis, sondern das ist, hey, ich kann hier das Projekt weiterbringen und ihr nehmt das dankbar auf. Und die Gina ist jetzt auch schon Jahre dabei und unterstützt uns da. Da waren wir in Nürnberg, in der Jugendherberge. Die ist interessanterweise auch eine Burg und ziemlich cool. Ich weiß nicht, wer schon mal da war. Das ist eine mega Location, super geil. Da haben wir auch das DevCamp damals gemacht. Sprintsleben auch davon, dass jemand sagt, hey, wir organisieren mal einen. Der nächste ist, glaube ich, nächste Woche. Ist das nächste? Ich glaube, nächste Woche in Luzern in der Schweiz. Da hat eine Agentur gesagt, hey, wie geht das? Wie machen wir das? Haben wir mit denen gesprochen und gesagt, ja, cool. Was braucht ihr? Räume? Und sagt, wie ihr das haben wollt, ob ihr was zu essen stellen wollt oder ob sich das Team kümmert. Und jetzt treffen sich da, ich glaube, es sind wirklich nur zwei Core-Leute diesmal und ein, zwei Hände voll Leute aus der Community. Also gar nicht unbedingt nur, dass sich das Core-Team trifft. Und werden nächste Woche in Luzern in der Schweiz einen Sprint machen. Ich glaube, das ist ein Video. Mal gucken. So sieht das dann auf dem Schenier. Ihr kennt vielleicht die Etage wieder. Wir machen das hier auch. Ah, ich habe keinen Ton. Okay. Dann erzähle ich euch. Wir machen lustige Spielchen. Also das war halt zur Einstimmung morgens. Dann will man ein bisschen aus dem Knick kommen. Manchmal geht es ja auch länger. Wir versacken dann nochmal und quatschen. Muss ich das in Mekro irgendwie ganz? Achso, ich habe Ton aus. Ja, das stimmt. So. Soll ich es nochmal probieren? Einmal zurück und einmal vor. Gucken, ob uns jetzt die Ohren abfallen. Ist das wichtig? Nee. Warte. Aus. Ruhe. So. Und was natürlich mega cool ist, wenn man dann das jetzt aus dem Slack, so Statements bekommt, wie ich habe mir das angeguckt, das ist mega geil und das sind Leute, von denen haben wir noch nie gehört, aber die sagen, hey, ich nutze Neos und ich liebe es. Ich habe jetzt natürlich die Guten rausgesucht. Es gibt auch Leute, ne? Natürlich auch andere, aber euch werde ich natürlich die Coolen zeigen. I'm super impressed with the editorial ease of use. Das ist ja das, was wir versuchen irgendwie rüberzubringen. Wir versuchen Editor Happiness, also der Redakteur soll auch Spaß daran haben, mit dem System zu arbeiten, weil der muss das Ganze ausbaden, was die Entwickler dann irgendwann mal verzapft haben. Und das im Zweifel zehn Jahre bis zum nächsten Relaunch. So, Meetups. Als ich diesen Vortrag das allererste Mal auf einer Meet Neos gehalten habe, gab es die beiden. Jetzt habe ich gestern geguckt, wie sieht es heute aus. Yay, es gibt viel, viel mehr und es sind total viele Leute, die sich da anmelden auf der Plattform. Das Meetup hier in Dresden, wo ist es? Da drüben. War in der Vergangenheit noch nicht so gut besucht, will ich mal behaupten. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ein paar von euch heute sagen, hey, wir wollen es mal probieren und wir würden auch auf dem Meetup kommen und mal Fragen stellen. Genau dafür organisieren wir es ja, damit wir uns zusammensetzen können und austauschen können. Und bei uns in der Company sind ein paar Leute, die jetzt schon ein paar Jahre Neos-Erfahrung haben, die können euch weiterhelfen und machen das auch total gerne. Und bei Pizza und Bier, da schlägt das Herz höher. So, also mich würde es freuen, wenn ihr sagt, hey, ja, nächstes Event Neos, das ist cool, da bin ich dabei. Die Leute face-to-face zu sehen, ist unschlagbar. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Möglichkeiten, elektronisch mit der Community in Kontakt zu kommen, weil die Community ist halt nicht nur Dresden oder Deutschland oder Europa sogar, sondern das geht weiter und wir freuen uns sehr darüber. Das Tool, was wir, ich glaube, am häufigsten nutzen zur Kommunikation, ist Slack als Chat-Tool und auf slack.neos.io kann sich jeder anmelden, kriegt eine Einladung und dann könnt ihr dem Channel beitreten. Ich habe ja mal geguckt, ich habe mal sortiert nach, was sind denn die Channels, die die meisten Members haben und dann muss halt jeder sehen, je nach seinem Anwendungsbereich, ich habe garantiert 90% andere Channels als Sebastian, der in den ganzen Entwicklergeschichten drin ist, Flow, General und Corridor und was weiß ich nicht alles. Wenn ihr bei mir da drüben guckt, da ist es eher Neos-Konferenz und Community und Marketing und so weiter und so fort. Da kriegt man Hilfe und in 99,8% der Fälle auch freundliche, würde ich behaupten. Also, ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, dass es 100% der Fälle sind, aber wir geben uns echt Mühe, da hilfreiche Tipps zu geben und auch schnell zu antworten. Es sind mittlerweile über 1500 User angemeldet. Da ist meistens jemand online, der helfen kann. Dann gibt es das Forum, Discuss. Da ist auch immer was los. Das ist natürlich bei weitem noch nicht so groß wie ein Typo3-Forum, aber logischerweise die Neos-Community ist auch noch kleiner. Nichtsdestotrotz wird man dort geholfen und auch die Suchfunktion ist ziemlich gut, wenn man konkrete Probleme finden möchte. Discuss.neos.io Wie funktioniert das grundsätzlich, was wir hier als Neos-Team bezeichnen? Ich habe es gestern von der Website geholt, das ist nicht 100%ig aktuell, aber es gibt einen Einblick. Wir haben uns auf dem Sprint mal Gedanken gemacht, hey, wie strukturieren wir uns? Vorher waren wir ein großer Blob an Team und das hat sich vielleicht einmal die Woche getroffen und haben alle erzählt, was wir so gemacht haben und das war so richtig langweilig und alle haben nebenbei auf dem Handy gespielt oder so. Da haben wir das ein bisschen umstrukturieren und gedacht, okay, wir folgen mal diesem agilen Ansatz, cross-funktionale Teams zu bilden, die verschiedene Skills miteinander mischen und die Teams haben sich dann irgendwelche lustigen Namen gegeben und wir versuchen auch, soweit es irgendwie geht, Diversity-mäßig durchzumischen. Wir freuen uns über jede Frau, die uns unterstützt, weil traditionell ist es halt eine Männer-Überhangs-Domäne und wir freuen uns auch über alle, die nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommen und das Team verstärken. Das macht mega Spaß, sein Englisch aufzupolieren, indem man in so einem Team mitarbeitet. Wenn es Fragen gibt, die nur per E-Mail gestellt werden können, gibt es nicht so viele, aber vielleicht, hello at neos.io. Ich versuche regelmäßig reinzugucken. Ich bin nicht der Allereinzigste, aber wir antworten auch da. Wir geben uns Mühe. Jetzt möchte ich euch, nachdem ich euch gezeigt habe, wie könnt ihr in Kontakt kommen mit der Community, wie könnt ihr reinkommen, noch ein paar Sachen dazu zeigen, was steht momentan an, was bewegt gerade die Community, das Core-Team. Zum einen, auf neos.io gibt es oben den Menüpunkt Events. Wenn man da draufklickt, gibt es eine Liste, die wir versuchen, so aktuell wie möglich zu halten. Ich habe es gerade schon gesagt. Der nächste Sprint, jetzt nächste Woche in Luzern. Und dann, nach der neos-Konferenz, die Woche, wir machen diesmal das Experiment, den Sprint nach der Konferenz. Hier bei uns in Dresden, hier in diesem Raum. Ja, haben wir? Cool. Also wir werden uns hier treffen und eine Woche lang hier oben sitzen, die Monitore aufgebaut haben und neos voranbringen. Und das kann codend sein, das kann sein. Letztes Mal haben, vor ziemlich genau einem Jahr, haben die Leute hier gesessen und die neue Konferenzwebseite gebaut. Und da waren Leute da, die zum ersten Mal mit neos in Kontakt gekommen sind und dann quasi ganz praktisch mit anderen Core-Team-Leuten zusammen ihren Einstieg in neos gemacht haben, indem sie während des Sprints ein Projekt gemacht haben. Ja, günstiger, einfacher kommt man an Wissen rund um neos nicht heran. Dokumentation ist wie immer so ein Thema. Jeder Entwickler freut sich über eine gute Doku. Nur wer schreibt die? Wir haben das auf dem Schirm, das Thema, dass das mega wichtig ist. Es gab letztes Jahr, ich glaube, Dezember, einen eigenen Sprint dazu, wo die Leute gesagt haben, hey, wir treffen uns nur zu diesem Thema, die Dokumentation zu verbessern. Ich glaube, oben steht Docs Alpha Preview, die arbeiten da dran. Das geht Schritt für Schritt voran. Richtig gut sind auf jeden Fall schon die ersten beiden Kapitel, Installation und Development Setup und Getting Started. Wenn ihr das ausprobieren wollt, mal mit neos zu entwickeln, geht dort hin und guckt euch das an und wenn es nie funktioniert, gebt uns Feedback. Also das ist immer die blödeste Situation, die ich mir vorstellen kann. Ich erzähle jemandem, hey, mach das, ihr guckt da drauf, sagt, das ist aber kacke und wir wissen es nicht und fragen uns, warum es hinten raus nicht funktioniert. Also wir sind auch über negatives Feedback extrem dankbar, weil nur so können wir lernen und besser werden. Über alle Kanäle, schreibt es an hello at neos.io, sagt es uns auf Slack, postet es ins Forum? Vielleicht nicht. Ihr findet einen Weg, uns das mitzuteilen. Wir sind dankbar. Wo gerade richtig viel Musik drin ist, ist die Neos UI. Das hat richtig viel Spaß gemacht, zuzusehen, wie die Dynamik entstanden ist, zu sagen, hey, wir bauen das komplette Backend, was wir jahrelang mit Ember.js gebaut haben, wir bauen das halt nochmal, weil wir Lust drauf haben. Und können dabei natürlich ganz viele Fehler, aus denen wir jetzt über die Jahre gelernt haben, diesmal nicht machen, dafür machen wir neue, das ist klar. Und da passiert ganz, ganz viel, was auch bei uns in der Agentur zurückgeflossen ist. Dadurch, dass wir uns da engagiert haben, ist bei uns Wissen entstanden über React und das ist heute die Standardtechnologie, die wir einsetzen, um Frontends zu bauen. Und gleichzeitig wird man auch inspiriert von den anderen Teammitgliedern. Beispielsweise das letzte große Ding, was da gemacht wurde, ist das Thema TypeScript, was reingekommen ist, wo wir gesagt haben, hätten wir das vor anderthalb Jahren gewusst, als wir angefangen haben, hätten wir uns 80% der Bugs, die wir jetzt schmerzhaft über das erste Jahr rausgebracht haben, hätten wir direkt schon nicht gehabt, wenn wir eine schöne Typisierung gehabt hätten. Aber man lernt nie aus. Es geht also nicht nur um PHP, sondern genauso um diese JavaScript-React-Ecke. Das ist ein Thema, da qualmt, wenn ich mir da einen Talk angucke, da qualmt mir nach zwei Minuten so der Kopf. Da muss ich mir echt Mühe geben, zu folgen, wenn die Kollegen darüber erzählen. Das Content Repository, ich glaube, es wurde heute schon mal angesprochen, da lebt ja der Content drin. Und das wird gerade konzeptionell neu gedacht, um, wie das immer so ist, wenn Entwickler das machen, noch cooler und besser zu sein. Ich versuche dann immer zu fragen, und was habe ich jetzt davon als Redakteur, was kann ich dann damit machen? Und dann sagen die mir, ja, das ist viel performanter. Und was wir in Zukunft damit ermöglichen, ist, dass ich viel leichter auch gemeinsam an einer Seite arbeiten kann. Heute, wenn der Redakteur Seite A bearbeitet, und dann kommt der zweite Redakteur, bearbeitet auch Seite A, und drücken nacheinander auf Publish. Du? Mikro, hier, so, oh Gott. Dann gewinnt halt der Letzte. Und mit diesem Ansatz, dass ich das Ganze eventbasiert mache, ermöglichen wir überhaupt in Zukunft, dass gemeinsam innerhalb einer Seite gearbeitet wird. Und ich will gar nicht mit Dimensionen, und wie heißt das schöne Wort? Interdimensional Fallback Graph. Und ich weiß nicht, was für ein Zeug. Also auch richtig abgefahrenes Zeug, was da unter der Haube passiert. Das ist eins der großen Projekte, an denen gerade gearbeitet wird. So, auf Neos.io findet man auch die Release Roadmap, und wir halten uns tatsächlich ziemlich gut da dran. Manchmal sind es ein paar Tage oder ein, zwei, drei Wochen hinterher, aber das nächste Release, ich habe es hier versucht zu markieren, das LTS 4.3 Neos LTS, steht jetzt an demnächst, und diesen Vier-Monats-Rhythmus haben wir in der Vergangenheit auch gut eingehalten. So, das ist jetzt die kurze Sicht, was jetzt gerade passiert. Jetzt gucken wir nochmal ein bisschen weiter in die Zukunft. Ein Thema, was mich schon viele, viele, viele Stunden beschäftigt hat, ist das Thema Neos Foundation. Das wollte ich bloß mal ganz kurz ansprechen. Wir versuchen im Neos-Projekt immer aus, wie soll ich denn sagen, aus dem Projekt raus zu denken, nicht aus der Foundation. Wir haben eine Foundation gegründet, das ist heute eine Gesellschaft in England, die dafür da ist, finanzielle Sachen für das Projekt zu verwalten. Das wäre ja cool, wenn das Projekt ein bisschen Geld hätte, um Events zu organisieren, um vielleicht auch mal das eine oder andere Feature zu entwickeln oder sonst irgendwas zu tun. Aber eben nicht zum Selbstzweck. Deswegen hört man davon ganz, ganz, ganz wenig. Hat schon mal jemand von euch, die mit Neos zu tun hatten, von der Neos Foundation gehört? Okay. Nein, und das ist gut so, weil es geht eben nicht um den Selbstzweck und die Administration und die Bürokratie, sondern das soll ein ganz schlankes Ding sein, was uns einfach nur hilft, wenn uns jemand was Gutes tun möchte, indem er uns finanziell unterstützt, das dann weitergeben zu können und eben über eine Gesellschaft, die das Neos-Projekt unterstützt. Da wird es in der Zukunft auch Veränderungen geben, weil wir haben ganz viel gelernt, warum man nicht eine Gesellschaft in England gründen sollte. Kann ich gerne nochmal nachher aus dem Nähkästchen plaudern, was unsere neuen Pläne sind. Das habe ich schon ganz kurz angesprochen. Die stehen vor der Tür, die Kollegen sind da dran. Typischerweise ist der letzte Monat vor dem Release immer der arbeitsamste. Und Leute wie ich, die dann sagen, hey, ich kann euch technisch nicht helfen, ich weiß nicht, wo ich in der CI auf den Knopf drücken muss, damit da jetzt ein Release rausfällt, aber ich kann auf Neos.io den Blogartikel anfangen zu schreiben, aber ihr müsst mir erklären, was ihr denn da jetzt eigentlich Tolles gemacht habt und was der User davon hat. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier transportiert bekomme. LTS-Versionen haben natürlich immer den Fokus, wir wollen sie lange maintainen, also geht es um Stabilität, das ist ganz klar vorne dran, gerade was die UI anbelangt, die Backend UI, ist ganz viel auch Usability-Verbesserung, da passiert jetzt wieder was, während wir in der Vergangenheit viel auf Stabilität geschaut haben, sind es jetzt auch wieder kleine Verbesserungen, dass die für die Redakteure das Nutzen besser wird und leichter wird. Die Vorbereitungen für dieses Event-Sourced-Content-Repository kommen rein und dann so ein Thema gestylte Fehlerseiten direkt im Core. Scheinbar hat man dafür bis jetzt ein extra Package gebraucht, jetzt wandert es direkt in den Core rein. Man wird in Zukunft Menüs direkt in Fusion schrägstrich AFX bauen können und nicht mehr auf Fluid angewiesen sein, also auch da gibt es dann mehrere Möglichkeiten. Eine Impersonate-User-Funktion, das klingt spannend, also kann ich mir mal angucken, wie der Redakteur mit den runtergeschraubten Rechten das dann alles sieht. Das klingt sehr hilfreich und natürlich gibt es auch mit dem Flow-Release kommen, das ist ja immer unter der Haube von Neos immer mit, ganz viele Bugfixes und Stabilität. So. Ich muss gerade gucken. Ich glaube, das war kurz. Bin ich das oder seid ihr das? gut morning, Geos-Community, haupte gefühlt! Geos-Community, haupte gefühlt! Just one more advice... Tot sandals! jetzt hier weiter drücken ich werde nicht müde es zu betonen ihr habt alle so einen Zettel bei euch liegen wenn ihr mit dem Gedanken spielt zur NEOS Konferenz zu kommen es ist auch nochmal ein Discount 10% Gutscheincode hinten drauf und eingangs weiß gar nicht wer es gesagt hat kam auch schon mal der Hinweis am Tag vor der Konferenz das müsste dann der 9. sein sind die Workshops und einer davon ist Workshop NEOS von 0 auf 100 und wenn ihr ein Ticket für die Konferenz zieht ist der Workshop mit drin da ist das Core Team um euch zu zeigen wie ihr ein NEOS Projekt kickstartet die Einstiegshürde hier in Dresden könnte nicht kleiner sein als im Mai in den Schlachthof zu kommen und dann wenn man hoffentlich blutgeleckt hat den Sprint danach die Woche noch mitzunehmen also da sind die Leute alle hier da sind die Experten da die geben Hilfestellungen wenn ihr ein Projekt mitbringt könnt ihr genau da und dran arbeiten packt euch also diesen Zettel ein wenn ihr mit dem Gedanken spielt um den Discount Code mitzunehmen ich kann es wirklich nur empfehlen dieses Jahr für die NEOS Konferenz ist auch das Programm haben sich die Kollegen nochmal richtig richtig ins Zeug gelegt um eben um nicht nur so eine Filterblase NEOS und ein bisschen Flow drumherum zu kreieren sondern ich weiß gar nicht wie viele externe Speaker ich geschafft habe 10, 12 einzuladen die auch Themen außenrum betrachten wie zum Beispiel Accessibility das ist nicht nur ein NEOS Thema das ist ein Web das betrifft das ganze Web und ja Sebastian du hast bestimmt dann noch gute Beispiele was da an spannenden Talks kommt es kommt jemand vom CK Editor der Lead Developer vom CK Editor also der Rich Text Editor der im NEOS Backend eingebaut ist und erzählt und das sind echt echt spannende Themen um auch über den Tellerrand drüber zu gucken ich werde auf jeden Fall da sein aber das habt ihr euch bestimmt schon gedacht so erste Schritte geht auf NEOS.io da gibt es eine ganze Menge Ressourcen um euch zu helfen angefangen von wo ist die Doku was ist das neueste Release was geht gerade so ab auf dem Blog wo sind die nächsten Events etc. etc. die Feature Liste die Sebastian was glaube ich gezeigt hat all das findet ihr auf NEOS.io wenn ihr mit NEOS entwickeln wollt habe ich auch schon gesagt oh hier ist noch der der alte Link hier habe ich ein Slide nicht aktualisiert Achtung gleich kommt es da ist es die alte Doku beziehungsweise ich glaube Read the Docs gibt es immer noch die ist bloß nicht mehr NEOS 2.3 sondern im Momentan 4.2 der Link ist aber genau der gleiche wenn ihr sagt trau mich nicht so richtig ran ich will es mal ohne Probleme ausprobieren auch da gibt es auf NEOS.io Links zu NEOS ausprobieren zum Beispiel auf Bitnami oder Mitwahl die bieten halt als Service an hey ich schieße mir jetzt mal ein NEOS System hoch und dann kann ich mal rumklicken und ausprobieren gerade für die Redakteure ist es mega cool hier kam so ein Feedback das dann irgendwann mal aufgetaucht ist im Slack und ich habe gesagt hey habt ihr eigentlich gesehen was da gesagt wurde und die Mirja Stöcker hat gesagt ich habe schon in viele Content Management Systeme getextet aber dieses ist anders NEOS ist das erste Content Management System das so richtig Spaß macht genau und dann ging es noch weiter hier gibt es noch einen kleinen achso Ton habe ich nicht dann muss man den überspringen macht es auch nichts probiert es aus seid mutig gebt es short es gibt ganz viele Orte und Leute die euch helfen können und wollen wo ihr euch selber helfen könnt und Hilfe holen könnt wie gesagt Slack Discourse die Doku Events wie hier wenn ihr Bock habt auf das Meetup meetup.com und dann organisieren wir das sehr sehr gerne hier bei uns Pizza und Bier sponsern wir das ist überhaupt kein Problem wir freuen uns total über jede Art von Feedback das habe ich auch schon gesagt also auch wenn ihr irgendwo sagt ich habe es mir angeguckt ich habe es wirklich versucht und ich scheitere auch das ist total wertvolles Feedback und die Community ist tatsächlich auch groß genug dass man sich professionellen Support einkaufen kann also auch es gibt Agenturen die sagen hey wir helfen anderen Neos Projekte erfolgreich zu machen ihr könnt bei uns Support Kontingente oder so irgendwas buchen wenn ihr Hilfe braucht dafür ist die Community auf jeden Fall groß genug in diesem Sinne möchte ich sagen vielen Dank für euer Durchhaltevermögen eure Aufmerksamkeit wenn ihr noch Fragen habt wir sind jetzt noch da wir können uns gerne noch ein paar Minuten löchern David, John, Sebastian als Speaker sehr gerne wie gesagt auch mich wenn es um die nicht technischen Themen geht und wie ich am Anfang angekündigt habe ich drücke hier irgendwas Entschuldigung dicke Finger das sollte man nicht machen wer Lust hat mit uns noch dann Abendessen zu gehen rüber zum Assladen dann kommt gerne mit wir freuen uns auf den Austausch mit euch weil wir auch die Neos Community hier in Dresden noch nicht so gut kennen in diesem Sinne vielen Dank dass ihr da wart und habt noch einen schönen Abend Dankeschön Applaus